Nach 10 Sekunden. Das war eine gute Idee mit diesen Stromspar-Tipps, gell? Ja, ja. Erst sind kurz mit dem Internet und schon dürfen wir im Kino dafür Werbung machen. Ja, ja. Hintergrund, bitte. Soll ich auch mal etwas anderes sagen als ja, ja? Ja, ja. Und Action! Grüezi miteinander. Besuchen Sie www.pownews.ch, das Online-Dialogmagazin vom EWZ. Der Dick! Sie finden auf Pownews exklusive Stromspar-Sonderangebote. Du kommst ein wenig auf die Seite, sonst siehst du mal, wie meine Furst in dein Gesicht kommt. Sie lernen Energieexperten besser kennen. Mich lernst du jetzt auch ein wenig besser kennen, damit du nicht sofort wegstehst. Und Sie können auf Pownews auch das Gespräch suchen zu spannenden Persönlichkeiten. Wie dem Stadtrat André Stürrler. Wiedersehen. Pownews. Und aus. Danke immer. Hast du überhaupt nichts zu meinen Stromspar-Tipps gesagt? Sorry du. Keine Zeit mehr. Heutznacht schläfst du auf dem Sofa. Mach du den Kabel. Wir haben ja gar kein Sofa. So viel Pinder jetzt. Können wir Licht haben, bitte? Okay? Okay.